Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Shakira featuring Rihanna and can't remember to forget you. Heißt auf Deutsch, ich vergesse immer, dass ich dich vergessen wollte. Der Song wurde klasse übersetzt von der Klasse 9b der Sekundarschule Heinrich Heine in Sangerhausen. Und die Geschichte erzählen euch Antonia und Basti. Ich habe ein Zettel an meinem Bettpfosten hinterlassen. Auf dem Stand, wiederhole nicht die Fehler von gestern. Aber wenn es um dich geht, würde ich immer dasselbe tun. Ich sehe immer nur die guten Dinge mit dir. Gut, die Frage ist nur, warum das so ist. Du gibst mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Ich habe nie jemanden kennengelernt, der so großartig ist. Los geht's. Du bist ein Teil von mir. Egal, wo du hingehst. Ich folge dir. Wow, muss ja ein toller Kerl sein, wenn wir Shakira glauben wollen. Was sagt nun Rihanna dazu? Ich gehe wieder zu ihm zurück. Ich falle aus dem Zug direkt in sein Bett und wiederhole dieselben Fehler. Was ich versuche dir zu sagen ist, vergiss nicht, dass du nur die guten Dinge siehst. Sie erlebt also das gleiche wie Shakira. Zwei Frauen, die auf denselben Typen reingefallen sind und sich von ihnen nicht lösen können. Obwohl sie wissen, dass der ein Misskerl ist. Ich vergesse immer, dich zu vergessen. Ich vergesse immer, dass ich dich gehen lassen soll. Aber wenn du mich ansiehst, ist die einzige Erinnerung, wie wir uns im Mundlicht geküsst haben. Ich vergesse immer, dich zu vergessen. So Freunde, was meint ihr? Um was geht es hier? Es geht um eine Frau, die über einen Mann spricht. Sie möchte ihn vergessen, aber sie liebt uns sehr. Wenn sie ihn sieht, muss sie daran denken, dass es doch was Gutes gab und letztendlich kann sie nicht vergessen. Tja, wenn man verliebt ist, passieren seltsame Dinger. Can't remember to forget you? Klasse übersetzt von der Klasse 9b der Sekundarschule Heinrich Heine in Sangerhausen ist auch in unserer Mediathek auf radio-srw.de rund um die Uhr zum Anhören. Und ihr möchtet, dass ich zu euch in die Schule komme? Naja, dann bewirbt euch ganz fix auf www.radiosaw.de Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio-srw.